Ist die fünfte Jahreszeit da, wird im Büro auch mal mit Sekt angestoßen. Das ist arbeitsrechtlich erlaubt, solange der Arbeitgeber kein Alkoholverbot ausspricht. Trotzdem ist Vorsicht geboten, denn Abmahnungen und Kündigungen können in zwei Fällen drohen. Erstens, wenn der Arbeitnehmer wegen des Alkohols seine Leistungen nicht mehr voll erbringt. Und zweitens, wenn er sich und andere gefährdet. Bei aller Narrenfreiheit lohnt es sich also, das ein oder andere Glas auch mal stehen zu lassen. In diesem Sinne, Shandi Shando.